So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neues Glück. Ne, ich wollte nur Bescheid sagen, ich gehe jetzt wieder live auf Twitch. Wer Bock hat, ein bisschen Mario Kart zu zocken, kann gerne vorbeikommen. Aber bei meinem Partner MMOGA habe ich natürlich auch noch ein bisschen was für euch. Nur damit ihr mal seht, wie ich halt immer so ein bisschen mein Geld doch spare. Auch wenn ich natürlich einiges ausgebe. Nur so zur kleinen Info, zum Beispiel PSN-Karten. Statt 20 Euro für 18 Euro, 50 Euro Karte, nur 44 Euro. Wenn ihr euch sogar eine 100 Euro Karte kauft, nur 90 Euro. Ich habe ja noch meinen lebenslangen Treue-Rabatt. Ich zeige es euch mal gerade. Treue-Rabatt, zack, der ist bei 10%. Wenn wir das jetzt mal umrechnen, auf 90 Euro, im Prinzip bezahle ich dann mal gerade nur noch 80 Euro für eine 100 Euro PSN-Karte. Also es macht sich schon bemerkbar. Wie gesagt, Link ist in der Videobeschreibung. Schaut einfach mal rein. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns auch schon gleich. Und rein.